Gruppen in Mahara Neben der Erstellung von Inhalten ist auch das Erstellen und Verwalten von Gruppen möglich. Diese Gruppen können beispielsweise Jahrgänge, einzelne Lehrveranstaltungen oder private Gruppen umfassen. Jede Person in Mahara kann Gruppen erstellen. Im Dropdown-Menü muss hierfür Gruppen gewählt werden. Bei der Erstellung einer neuen Gruppe muss der Name der Gruppe gewählt werden. Eine Beschreibung der Gruppe hilft Personen dabei, die richtige Gruppe zu finden, der sie beitreten möchten. In den Einstellungen ist es wichtig, die Mitgliedschaft zu verwalten. Hier muss ausgewählt werden, ob es eine offene Gruppe ist, wobei offen bedeutet, dass jeder dieser Gruppe beitreten kann, ohne eine Zustimmung zu benötigen. Wenn die Gruppe nicht offen ist, können Anfragen erlaubt werden. Das ermöglicht es, den Zugang zu Gruppen zu kontrollieren. Weitere Einstellungen werden direkt in Mahara erklärt und können vorgenommen werden. Dies ist die Ansicht einer neuen Mahara-Gruppe. Hier befindet sich der Titel und die Beschreibung. Darüber hinaus sind wichtige Informationen sichtbar, wie die Anzahl der Mitglieder oder das Erstelldatum. Diese Ansicht der Gruppe ermöglicht auch die Darstellung der aktuellen Forumbeiträge sowie der Gruppenportfolios. Einzelne Mitglieder sind ebenfalls sichtbar. Um die Mitglieder in der Gruppe zu verwalten, muss der Registerpunkt Mitglieder gewählt werden. Neben der Ansicht der einzelnen Mitglieder können hier auch neue hinzugefügt werden. Das Hinzufügen mehrerer Mitglieder erfolgt durch die Auswahl der einzelnen Personen. Die Namen der Personen können in der Suchleiste eingegeben und dann manuell hinzugefügt werden. Um dies für Jahrgänge zu vereinfachen, ist es möglich, dass Studierende die Mitgliedschaft in einer Gruppe anfragen. Hierfür müssen die erwähnten Einstellungen richtig angepasst sein. Um einer Gruppe beizutreten, muss im Dropdown-Menü auf der rechten Seite Gruppen gewählt werden. Hier muss nun bei der Suche eingestellt werden, welche Gruppen sichtbar sind. Wenn die Einstellungen der Gruppe richtig durchgeführt wurden, sollte die Gruppe unter den Punkten Gruppen, bei denen ich keine Mitgliedschaft besitze, und alle Gruppen angezeigt werden. Wenn die richtige Gruppe so gefunden wurde, kann die Mitgliedschaft beantragt werden oder es erfolgt das direkte Einschreiben in diese Gruppe. Gruppen besitzen Foren, die in der Registerkarte ausgewählt werden können. Die Foren sind ähnlich denen am eCampus. So kann ein neues Forum mittels Titel und Beschreibung erstellt werden, wobei einzelne Einstellungen angepasst werden können. In diesem Forum kann nun je nach Einstellung jeder oder nur bestimmte Personen ein neues Diskussionsthema eröffnen. Nun können die Gruppenmitglieder auf diesen Beitrag reagieren. Es ist auch möglich, Ansichten und Sammlungen in einer Gruppe zu erstellen. Dies erfolgt unter dem Registerpunkt Ansichten und Sammlungen. Die Erstellung dieser Ansichten ist identisch zu dem, welcher im Video Einstieg in Mahara beschrieben wurde. Wenn nun keine Ansicht direkt in der Gruppe erstellt werden soll, kann eine Ansicht mit den beschriebenen Freigabemöglichkeiten mit der Gruppe geteilt werden. Dafür muss in den Freigabeeinstellungen die entsprechende Gruppe gewählt werden. Diese Freigaben sind anschließend unter Bericht sichtbar. Je nach Einstellungen können diese Ansichten dann bewertet und kommentiert werden. Bei der Erstellung von gemeinsamen Ansichten ist es möglich, sich auf die Beobachtungsliste zu setzen oder von dieser zu entfernen. Dadurch enthält man entweder Benachrichtigungen, wenn etwas geändert wird, oder nicht. Wenn man keine Benachrichtigungen mehr halten möchte, ist das durch das Entfernen von der Beobachtungsliste möglich. Und dann wird das durch das Entfernen von der Beobachtung verlebt.